Oh nein! Was macht der denn wieder hier? Der Tag hat so gut angefangen Steig ein Curry! Du Bastard! Herzlich willkommen zu einer Folge GTA Online Ich hatte es schon angekündigt, dass der Curry und ich und auch die anderen Jungs, die dann noch unterwegs sind Ja, hast du gesehen? Ja, ich habe deine Folge gesehen, wo du einen Panzer angehalten hast Boah, geil! NSPD meinst du, ne? Ja, ja Genau, also wir werden jetzt in den nächsten Tagen GD Online wieder spielen, denn am 7. Juni kommt Finance & Filoni der DLC raus und wir können ja den Super Drug Boss spielen mit Warenhäusern und so weiter Wie heißt das? Finance & Filoni Okay, danke! Nee, ich habe das nicht verstanden, deswegen habe ich nochmal gefragt Kann auch sein, dass ich absolute Scheiße da war Okay, auf jeden Fall gibt es heute noch ein kleines GTA Rennen und morgen gibt es auch noch ein GTA Rennen Boah! Und morgen, wenn ihr die Folge guckt, gibt es dann auch schon das brandneue Update, ne? Sag mal, das ist ja die volle Packung, ne? Ja, wir sind wieder zurück in LS, Allah In LS sind wir wieder da, wo bist du denn? Sitzt hier beim Buschi im Wagen Hey, wer ist denn da? Lila, was ist das? Was? Hier ist einer Lila Ja, der ist VIP Hallo! Curry, Alter du Noob Ich habe einen Truck So, und der Curry, ja der hat mir einen Truck geklaut Der Curry, der hat ja einen rausgesucht Ja? Ach, heute war ich das? Ja, heute warst du das Ja, hast mir eine Ausnahme gemacht, ne? Ja, weil, ja Heute war der Curry dann Und, ähm, wir gucken mal Also ich muss doch kurz was erledigen Ich weiß nicht, was du mich umbringen willst Curry! Ich fliege! Curry! Aua! Curry! Ey! Alter, das war scheiße, man Ja, ja Hauptbomben! Okay, cool, dann laden wir uns doch mal alle ein, hier du Ja, das wird der Hammer Warte, ich guck mal gerade So, das war das ein Rennen wollte es da haben, ne? Ja, ja Ja, ja, ist ja schön Curry hat ein Rennen rausgesucht Ich bin da sehr, sehr gespannt Ist, ne? Ja, ist wieder was ganz schönes, ne? Habe ich mal was ganz schönes ausgesucht Wir spielen heute nämlich hier Die, äh, wie heißt der? Warte, ich muss mal gucken Boah! Ich habe es selbst noch begangen, es tut mir leid Ja Card, warte mal White Card, irgendwas Guck mal White Card 8 Drop the shit Ja, White Card 8 spielen wir heute Meine Damen und Herren Hereinspaziert, hereinspaziert Gewinne, Gewinne, Gewinne Hier ist das Adrenalin ganz oben im Kopf drin Das Blut schießt aus den Augen raus Es ist der Wahnsinn Ja, kommt jetzt Ja, ich habe keine Ahnung was das für ein Rennen ist Ich lasse mich völlig überraschen Das Ding ist Ich sage, ist der Wahnsinn Ja, ist der Wahnsinn Das Ding ist, äh Einfach mal gucken Bestimmt wieder irgendeinen Shit den ich nicht schaffe Aber So, hier Das große Problem ist, ja Das große Problem ist, dass AFG sich mit Major mein Controller geliehen hat Ja Und deswegen muss ich jetzt mit Maus und Tastatur spielen Ja, ich mache das auch solidär so Solidarität heute nicht Achso So, jetzt können wir die anderen einladen, ne? Haben wir das denn schon mal gespielt? Ne, das ist immer mal ein anderes Achso Der macht ganz viele Der Doktor Dragon Ball Z Er besucht nochmal die Musik Jo, der Smiley ist wieder in der Doppi drin, Alter Oh mein Gott Wo soll er auch sonst sein, ne? Smiley wie ein Stück Kack am Schuh, ne? Ne, Scherz Der Smiley ist halt ein super guter GDA Spieler Muss man nicht sagen Ja, so sieht's aus, ey Hör dir mal die Musik an, Alter Jo, was Kann ich hier noch Einstellungen machen? Jo, Punkt zu Punkt kann ich mal Mastercast, was willst du denn für Autos, hä? Was gib es denn? Mastercast, Klassiker, Sportwagen, Supersportwagen Mach mal Supersportwagen, das ist immer geil Okay Welche Tageszeit? Ähm, das kannst du dir selber aussuchen Okay, dann wähl ich Montag Hä, wieso Montag? Hä? Na, das ist einfach sinnlos, Mann Okay, unberuhig Es geht los, Alter Es geht schon los Was, jetzt schon? Ja, das ist automatisch gestartet, weil ich vergessen habe, dass es in Zeit lief, deswegen Aber ich wollte es gerade überschre... Äh, üh, üh, üh Pretty nice Also es ist ein Typ... Oh man, du hast aber eigene Autos angelassen, ne? Ja, das stimmt, ja Das habe ich jetzt, äh Ist die Zeit leider Ne? War jetzt ein bisschen Geht nicht anders Oh, ich wollte gerade mein eigenes Auto nehmen So Komm Gut, dann nehme ich mal den Dominator, ne? Nimm mal... Oh mein Gott Hä, was denn? Ne, Centorno Achso Wie heißt der? Heißt der nicht, Turbinator? Turbinator heißt der, genau Penis heißt Tur... Hä? Ey, der hat sich Hühnchenbrust genannt Warum? Warum? Wie spricht man hier nochmal? Hast du gerade Achso Gut Okay, ich habe nichts gesagt, jetzt bin ich mal gespannt was zu sagen Ja, wir müssen fahren Guck mal wie schön Oh nein Guck mal Guck mal Guck mal, oh Guck mal da hinten, Los Santos Warte mal, wo sind wir? Hä? Das ist Maul Chilliard Bitch, Alter Irgendwas hast du gemacht? WOOOOO Alter, bist du doof? Boah Alter, fuck Ich muss respawnen, ich sehe nichts Yo Scheiße, ich bin daneben Ah, warte Das zählt noch Das zählt noch Ich bin noch auf dem Kurs Bam Jetzt geht es los Wildcard, Leute Also wie gesagt, ich fahre mit Tastatur hier, weil mein Controller ist gerade irgendwo Ja Ich denk daran Ich denk an dich Och du Scheiße Bäume So, bist du auch runtergefallen? Da ist er Mafuyu, warte auf mich Wie viel da Platz bin? Vierter, okay Scheiße, Mann Ich muss fahren So, hier geht es einfach rot Alter Aha Woaaaa Wups Let's go Alter, ich bin einfach letzter Ich bin letzter Superjob Ja, nein Ich bin letzter, Alter Das gibt's nicht, ne Oh mein Gott, du Lowe Ja, wenn man die Wenn man die Strecke nicht kennt, dann ist es ein bisschen schwierig Aber jetzt mit Gefühl Wuh 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 Ich will gar nicht wissen, was da noch kommt Bäh Oh, ist das hier ein Sprung? Ne, das ist eine Rampe, die runter geht, ne Aber es ist nur eine Ja, ja, ist Punkt zu Punkt Ziel ist Ziel Ziel ist Ziel, Alter Ja, da vorne ist das Ziel noch schon Wuh Ey, das war's jetzt Echt schon? Das war's schon? Cool Nein Ich bin letzter geworden Oh mein Gott Das war knapp Das war knapp Ich bin letzter geworden Wuhu Wuhu Was ist jetzt? Das war ja richtig cool Aber kann man das auch mit Motorrädern machen? Ja Wir können das auch mit Motorrädern machen Okay, Freunde Wir machen das jetzt mit Motorrädern Guck mal da Wer ist das? Das kann doch nur Ah ne, Fraser, alles klar Fraser oder Smiley Die sind immer vorne Ja Okay Gefällt gut Und dann machen wir das Ding nochmal Ihre Panzerung haben wir da drauf Ja, ja, alles drin Alles drüber Wiederholung Zack Ballert drauf Nice Das ist nice Das ist nice, Jungs Das Okay Boah, die neuen Facebooksmiley sind so hässlich Ja, das sieht aus wie so Mongos Das ist echt so, ey So, Motorräder Spielen wir mal morgens Wenn wir schön den Sonnenaufgang sehen können Dennis, du Joch beim Kotelett Hey Jungs, wir spielen jetzt mit Mopeds Hey So, Verkehrsaus Der Dr. Warrior Clone kommt auch noch da rein Alles klar Auf Abruf, was auch immer das heißt Auf Abruf Captain J Ne H02 Crazy & Lazy, Alter Was denn immer Was denn immer auf Abruf? Ja, das ist Über der Feuerwehr oder was Weiß ich nicht Ja, wenn es brenzlig wird Dann kommen die rein da Okay Dann kommen die da reingeballert So, ich mach mal geschlossen Wenn da jetzt noch einer beitritt Dann können wir Ah, legen wir los, komm Hey Ab geht die Jungs Hey, guck mal die sind doch alle da Ja Zehn Leute von 30 Mit einem wunderschönen Motorrad Sehr nice Very nice Genau Leute Und morgen gibt es da noch eine GTA Online Also morgen gibt es glaube ich zwei GTA Online Folgen Ja Einmal das neue Update Und Einen 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 Wie ist das denn da genau? Also da muss man sich ein Apartment, also so ein Büro kaufen Dann geht es los oder was? Ja, und Warenhäuser Genau Boah Dann wird man zum Superboss Aber ich glaube nicht, dass du zu Beginn so viel Money hast Als sei denn du Du brauchst dir irgendwelche Karten oder so Dass du dir das leisten kannst Alles, weil Das soll ja unfassbar teuer sein, ne? Ja, mal gucken Hast du gerade auch diese komische Musik? Ja, die geile Musik, die von links nach rechts ballert Ja, genau Hey, was ist denn jetzt hier? Hallo, es wird gestartet Ja, okay Ich trinke einen Schluck Mach das Doch Wunderschön Da sind wir doch Am Start hier Da packen wir die Bar T801 RR rein Und es geht los Genau Ich wette immer auf mich selbst Ja, ich wette jetzt ganze 100 Dollar auf mich Wette mal 10.000, wenn ich so low Ja, das ist halt, das ist halt Selbstüberschätzung Nee, das ist äh Ja Gewiss halt Ja So 2, 1, dann geht's los Okay Bin mal gespannt, ob wir mit Moffits da die ganze Zeit runterfallen Aber das müsste eigentlich funktionieren Man muss sich überraschen lassen Lass dich überraschen Guck mal, wie alle Tailloniform langsam haben, ne? Ja, alle machen dir nach, ne? Unverschämt Eigentlich dürften wir gar nicht mehr mitspielen hier Ja So Jungs, auf geht's Jungs weg Okay Die meisten sind runter gefallen Alter, wer hat mich da umgebracht? Und Wups Und Wow Jetzt hab ich so Schlagermusik Schlagermusik? Hast du umgeschaltet oder was? Also nicht Schlager, aber so Wuuu Warum sagst Schlagermusik? Schlager, Alter Tschüss, Cari Wer kommt da der angeflogen? Boah Hast du das gesehen, Alter? Ich bin direkt hinter dir, Alter Woah Geh weg Boah, Gangstermusik hab ich jetzt Ja, ich auch so Ja, flieg mal los da Tschüss, du bist tot Ich lebe noch Boah Alter, ich bin auch tot Ich versuch mal was Ich versuch mal mit dem Motorrad zu gleiten Ja, wie gleiten? Ja, wenn man so senkrecht geht, dann Oh mein Gott Okay, es geht nicht Obwohl, vielleicht doch Ne, doch nicht Ich flieg runter Bis zum letzten Meter Jetzt Oder nicht Boah Boah, der ist gut aufgekommen Alter Boah, Alter, what the fuck, man Scheiße Rückwärtssalto Oh, ich wollte Rückwärtssalto machen Ich hab's leider nicht geschafft Boah, Alter Wie ich da runterfliege wie so ein Segelstern Man muss bedacht fahren Man muss bedacht fahren Ja Okay Ich fahr jetzt mal bedacht Wenn das mal keine Weisheit von Pietro Lobady ist, ne? Hä? Ey, man muss bedacht Dann will das gar nicht Adam im Radio Ach so Alter Okay, ich fahr jetzt Fahr einfach mal langsam da die Strecke Nein Oh mein Gott, man hat echt nur einen Versuch mit dem Motorrad, ne? Wie, einen Versuch Ja, wenn du nämlich am Schluss zum Beispiel drauf gehst Musst du wieder von vorne anfangen Ja, wenn du nicht zum Checkpoint kommst, dann ist das schon klar Es gibt kein Checkpoint Ach so, es gibt ein Checkpoint, klar Alter, was mach ich denn hier? Junge, ich flieg über die ganze Map Warte, jetzt, jetzt Konzentration So, jetzt Gangster-Mucke, ab geht's, Mann Genau bei mir auch Das war alles nur vorgeplänkelt jetzt So, jetzt geht's richtig los hier Oh mein Gott, die Musik läuft schon 25 Sekunden, 24 Alter, ich schaffe es doch nie Doch, jetzt vielleicht Jetzt oder nie Nein Alter Mit Motorrad hast du es vergessen Ja, Smiley hat glaube ich gewonnen Ja, war eine Überraschung Ich mach einen Mega-Jump jetzt noch Ich jetzt auch Wo bist du? Zum Schluss hinter dir Curry Okay Jaaaa Das ist ein super Jump Rückwärtsalto, what the fuck Ich hab Rückwärtsalto gemacht, Alter Junge, ich hab einen Slider gemacht Nee, einen Slider hast du nicht gebracht Boah, ich bin seitlich runtergeflogen Wie eine Anaconda Alter, der hat einen Slider gemacht Ich fass es nicht, Mann Es gibt eine 10 Von Jorge Chapeau Chapeau an Smiley Ah nee, der Bushi Guck mal, Daft Punk Was darf der? Daft Punk hat der so da Auf seinem Kopf Kennst du nicht? Ist es wieder soweit Ja, kennst du die nicht? Kennst du nicht die immer so O, 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 o o, PÖ Nein Einfach nein Das sind DJs Ja? Ja Und du bist ein großer Fan von denen Nein, ich kenn die einfach, Mann Ach blieh Nur weil man dief, nur weil die kennt Ist man auch nicht direkt ein Fan, Alter Ja du bist auch ein Fan von Meine Fresse, du bist doch bescheuert im Kopf, Mann Vielleicht reicht So, nur weil du Fan von Apo Apo ciao Green ist Boah, der Mann kann das Ach ja Crappy forever, Mann, komm Oh mein Gott, Alter So, ich würde sagen Adios Airlines, steht da schon links Adios Airlines, da fliegen wir jetzt mit Aus der Folge raus Und dann geht's morgen weiter mit einer neuen Strecke, die dann Und morgen gibt's, wie gesagt, eine Doppelfolge, wenn alles gut geht Und die nächste Folge wird dafür umso länger Also, schaltet ein, Leute, morgen gibt's noch ein heißes Rennen obendrauf Und das Big Update Genau, Big Update Macht's gut, Leute, danke, bis gut Ciao Tschüss 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 Tschüss